Heute was geht ab, Leute? Auf dem Weg was zu essen holen. Ich habe in der U-Bahn einen Anruf bekommen, muss ich leider absagen, also wegdrücken. Aber es war von meinem Rechtsanwalt bzw. Steueranwalt. Ich habe gestern nachgefragt, wie es eigentlich so aussieht, weil die anderen irgendwie haben ständigen Kontaktaustausch und ich habe mich seitdem ich mich da angemeldet habe und wir den Vertrag vereinbart haben. Seitdem habe ich mich nicht gemeldet, aber die auch nicht wirklich. Also ich und die haben keinen ständigen Kontaktaustausch und dann dachte ich mir, hey, mache ich da irgendwas falsch oder so? Ich habe dann der gestern geschrieben, einfach nur so, hey, ich will mich mal melden, weil irgendwie meine Freunde haben da ständigen Kontaktaustausch mit ihnen, aber ich halt so gar nicht. Passt alles? Mache ich alles richtig? Wie sieht es aus und so? Wie sieht es aus mit der Steuererklärung für 2020? Und dann hat sie jetzt mir eine E-Mail geschrieben, nachdem der Anruf halt weggedrückt wurde und sie hat geschrieben, dass es ihr leid tut. Sie waren unter dem Eindruck, dass ich erst ab 2021 meine Steuererklärung bei denen machen will und deswegen kam von denen ja auch nichts, weil das Jahr ist ja noch nicht um. Aber gut, dass ich nachgefragt habe. Das hätte besenden können. Aha. Wie heißt das? Pult irgendwas? Pult mietbar? Wahrscheinlich Pult mietbar. Wahrscheinlich. Bin gespannt. Hat eine interessante Auswahl. Wenn die taugen, dann gibt es eine Menge zum Testen hier. Bin gespannt. So, schauen wir mal. 8,50 Euro. Also ich weiß es eigentlich so wie die Spitze wird. Also vom Aussehen her kann ich noch nicht viel sagen. Riecht aber schon sehr gut. Sehr lecker. Kein Papier. Tot für mich. Mhm. 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 Sehr lecker. Mhm. Sehr frisch. Gutes Brot. Perfekt gewürzt. Also nicht zu viel Soße nicht zu wenig. Du wirst bei Spitze Wirtschaft manchmal viel zu viel Soße. Naja, gefällt mir. Perfekte Soße. Schaut's mal. Also da werde ich auf jeden Fall noch mal was probieren. Der alte Platz, wo wir sonntags immer Videos gedreht haben. Mein Gott. Die Diskussion damals war so legendär. Kam zwar nicht gut an, aber ich habe die gefeiert. Das ist jetzt so ein, keine Ahnung, so ein Eisladen oder so. Eiswaffelladen. Hat eine Freundin gemeint, soll ich mal abchecken für sie. Entschuldigung. Machen Sie YouTube? Ja. Und ihr wisst, süßes taugt mir jetzt nicht so, aber ich habe gesehen, die haben auch verrückte Drinks. So richtig verrückte Drinks. Habe auch schon paar Leute mit denen rumlaufen sehen. Also den Drink probieren wir natürlich safe. Der Waffel nicht so nice. Ja, weiß ich nicht so. Kennt ihr den Platz, Leute? Das ist der Pernerplatz Teil 2, wo wir früher waren und Videos gedreht haben. Damals auch, wo wir keine 20 bis 30 km im Monat gemacht haben. Damals auch, wo das Portfolio nicht sechsstellig war. Ja, das Portfolio damals war, keine Ahnung, 20, 40 km oder so. Hatte, glaube ich, damals schon verdoppelt. Ja, 40 km. So, Sunny Su heißen die. Ich weiß nicht, ob die japanische angehaucht sind wegen Su, Sunny Su. Klingt schon japanisch oder so. Das ist der Drink. Gab es in zwei Farben, rosa und blau. Glitter Drink heißt er. Warte jetzt mal. Also sieht mega giftig aus. Es sieht einfach so aus wie so von Art Attack, so Kunst einfach. Ich hatte ja Kunstlerker, man. So sieht das einfach aus wie Farbe, man. Also soll, glaube ich, einfach nur für sich sein. Einfach nur für sich. Die haben auch noch, wie gesagt, so Waffeln und Eis und sowas. Aber das hat mich eigentlich nicht angesprochen. Milch-Ecks hatten die auch. Vielleicht kann man den mal testen oder irgendein anderer will die Waffeln testen oder so, aber nix für mich eigentlich. Es hat eine gewisse Dickflüssigkeit. Ja, es riecht nach Pfirsich. Hat auch Pfirsichstücke. Ekelhaft, Mann. Oder denkt ihr, dass mein Gehirn das sagt, du trinkst hier irgendwas Giftiges? Trinkst hier irgendeine Farbe oder so. Wenn ich jetzt so mein Gehirn das so Abwehrmechanismus macht und das schlecht schmecken lässt. Oh, das ist halt echt ein verhetzend. Ich krieg das Gefühl nicht los. Ich trink einfach so Farbe, Mann. Schaut mal. Mit dem Pizza. Aber richtig geil schmecken tut es aber auch nicht. Ich habe eine Abendkarte diesmal. Ich baue hier mal den. Oh, warte. Hast du die Powerbring? Ich sage, wenn ich jetzt die Powerbring brauche. Perfekt. Streamlauf, Leute. Perfekt. Ja, was hast du denn mitgenommen? Also hast du die zuhause? Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Lammkotet, Leute. Da war keine Messer und Gabel. Das heißt, ich müsste es mit dem Stand essen. Schaut aber schon mal saftig aus. Das wird sogar krass. Okay, bin gespannt. Muschis. Muschis esse ich fast jeden Tag. Muschis sein. Heiß. Das ist ja heiß, oder? Ja, Mann. Ich finde ihn echt krass. Fast. Immer ein Kompliment kommt bis jetzt in der Stelle. Ja, ich glaube ich so. Zwar öfter von Männern, aber auch von mich. Ja, ja. Eigentlich ist das jetzt extrem ins geil, weil du kannst von jedem bisschen was essen. Eigentlich so, dass das geil ist. Oder Miele? Aus der Maske. Ja, aber ohne rein. Danke. 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 Hey, Ben, cool, was geht? Sie können zu mir. Nein, ich fahre zu mir. Oh, Alter, was geht, Mann? Hier, Oida. Amor, was geht? Hallo. 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 Was mache ich hier? Es ist live. Hi, Tom, thanks. Bin ich jetzt drauf? Ja. 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 Es ist so weit, Leute. Obwohl wir voll sind. Das ist aber die Billigversion. Ich hatte das, wo der blonde Junge aus Amerika drauf ist. Das ist die richtige Popcornmaschine. Dieser blonde Junge aus Amerika. Kennt ihr die richtige Bank jetzt? Aber die sind gut. Seeberger. Und die Banken. Das sind tütig. Schau, Alter. Eigene Popcorn. Ich weiß nicht viel. Ich hab auch viele Jahre trainiert mit kaum Erfolg. Ja. Ich war beim letzten kurzenten Schreckbank. Das ist halt aber echt nicht krass. Das ist 4,4,4,4. Oh mein Gott. Danke, John. Muss ein bisschen mehr abschmecken. Zu wenig Zucker. Schaut echt mega geil aus. Riecht geil. Ein bisschen mehr Öl dabei noch. Öl? Ja. Oh mein Gott. Danke, John. Ja. Ah, das ist angebrannt. Shit. Das ist so schief gegangen. Ja, das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes. Aber es schmeckt angebrannt. Nee, es schmeckt fehlkonsistent. So alles Entgült. Ich hab mehr Dings rein. Mehr Öl rein. Nee, mit dem... Warte auf den Nachgeschmack. Da wird ein bisschen bitteres angebrannt. Es ist bitter, nicht ein bisschen. Es ist Brotbitter. Brotbitter? Erster Versuch. Gescheit. Am Ende hab ich mal gemacht. Ja, kennst du das? Den nächsten machst du besser. Oh ja. Oh. Ja, gell. Danach. Heftig. Heftig. Egal, John. Wie lange hast du nicht gemacht? Schon zwei Jahre, John. Hast du gescheit gereinigt? Da ist noch ein bisschen Dings drin. Ja. Noch ein bisschen Dings. Kann passieren wie bei Tati. Er kann auch... Die ersten Kartoffeln gehen auch im Arsch. Ja, ich glaub von Technik... Die schaut echt geil aus und so. Aber ich glaub von Technik her Effizienz gibt's da schon viel bessere noch. Es gibt so viel einfacher. Du kannst auch einfach Topftun und Deckel drauf. Ja, genau. In die Pfanne. Da wird's auch fast. Alter, dann mach doch TikTok, wenn du diese Moves immer so drauf hast. Ich glaube, ich bin das hier. Weil das ist so ziemlich genau meine Zahl. Und die Adresse ist nicht die normale Defi-Adresse. Das ist die Freezer. Das müsste eigentlich genau die sein. Die Frage ist, wo ist Hong? Du müsstest eigentlich so ziemlich genau deine Zahl haben. Die Roads kommen da drauf und werden dann als Staking ausgeschüttet. Du fragst, hast du einen Freezer? Wo hast du den größten Stack? Im Freezer oder im normalen Staking? Das ist bei mir Freezer. Weil das erkenne ich auch an der Adresse. Welches ist deins? Kein Name. Sei ehrlich. Ernst bin ich im Freezer. Dann hast du alles auf der normalen Adresse. Ja, dann müsste sie trotzdem hier sein. Ich kenne meine normalen Adresse nicht aus. Ja, wir können es nachschauen. Lass mal eine Nachschauung. Aber nicht auf Kamera. Du musst ein bisschen angeschauen. Das sagst du zum Freezer. 5 und 10 Jahre. Boah, gute Frage. Es ist echt so schwierig. Wenn die Zahlen wirklich genauso stimmen, kommt natürlich auf Masternode an. Du musst Zahlen angeben, tralala, rumrechnen. Aber... All in Freezer, 10 Jahre. Ich weiß, klingt verrückt. Nach einem Jahr... Nicht mal. Ist nur Staking, Zins besser. Nach eineinhalb Jahren hast du deinen Einsatz wieder. Das krasse ist, nach zehn Jahren hast du nochmal den fetten Backpack. Also die... Schau, 10 Jahre stellt es euch vor. Das erste Jahr ist sehr schwierig. Illiquide, nicht vorteilhaft. Wenn du viel Geld brauchst, dann schlecht. Aber die restlichen neun, achteinhalb, acht, runden wir sogar ab. Sehr vorteilhaft. Zahlentechnisch. Und alle, die nicht im Freezer sind, werden gezwungen, in Anführungsstrichen gezwungen, zu freezen. Weil es zu heftig ist. Deswegen habe ich auch schon überlegt. Leute, System wird geupdatet. Wahrscheinlich, ich muss mir alles nochmal anschauen und durchrechnen. Liquidity Mining raus. BTC auf Crow. Staken, Crypto Earn. Rest all in. Staking, Freezer. Davon leben. Zack, noch mehr Cashflow. Solange alles passt, wird wahrscheinlich das die beste Option sein. Tatsächlich. Ja. Okay. Und noch zwei mega saftige Vorteile. Du wirst erstens nicht, du kannst gar nicht panic sellen. Es ist gefreased, es ist wirklich hart gecodet. Du kommst da nicht raus. Und du hast keinen Impermanent Loss von Liquidity Mining. Das krasse ist, show Liquidity Mining, nehmt ihr die BTC weg, habt ihr noch die Hälfte in US-Dollar Wert. Wenn ihr den reingibt, habt ihr den Wert wieder und mehr im Staking. Ist aktuell sogar höher. Plus kein Impermanent Loss, plus du hast deine BTC noch. Versteht ihr? Also, schon crazy, ja. Das war's, zwei mega saftige Vorteile noch. Er hat eigene, seit gutem Zeit in der Uhrzeit. Er ist ein Junge, man. Das ist halt krank. Hier, aber die echt probieren. Echt nicht probieren. Oh mein Gott, das hast du schon gesehen. Nur mal testen. Schaut mal, wie krass das aussieht. Nein, das ist ein Lizza oder Lizza. Das hast du auch gepostet, gell? Nein, nein, hab ich dich gepostet. Natürlich, hast du gesehen, Alter. Was ist das? Zum Trinken? Ja, zum Trinken. Das war schon geil, gell? Probier mal. Homemade Ice Cream. Nee, ich probier's schnell. Nein, nein. Der Laden heißt, das ist kein Ice Cream. Das ist einfach nur ein Drink. Der Laden macht Ice Cream. Das war für den Ding. Ja. Never Ending Love Story. Und Inhalte zeigen die Garni, oder wie? Das sieht schon aus. Das sieht schon aus. Das sieht schon aus. Andere Liga geil aus. Ja, schon, gell? Und mein Gott, voll in die Falle getappt. Hier. Von Faser, vom Mundgefühl ist es perfekt. Oh mein Gott. Wir wollen nach Wien, Leute. Es gibt eine Menge zu tun in Wien. Wien muss echt sein. Schau mal, zu viel. Schnitzel, Ferraddöner, Sachertorte. Spieletrend. Spieletrend essen. Er hat die Wette verloren. Und da auch. Vielleicht ein Date. Leute, Leute, dieses Fleisch. Dieser Dürer sieht so saftig aus. Der sieht so saftig aus, dass wir vielleicht jetzt an Wien fahren. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich mach Videomontag. Mal leider. Oh mein Gott. Guten Morgen, Leute. Aus meiner Wohnung. Nicht aus Wien oder auf der Fahrt nach Wien. Ferraddöner hat anscheinend zur Zeit geschlossen. Und das schon lange. Also mehrere Monate schon. Und ja. Es sieht nicht so aus, als würde er demnächst aufmachen. Also. Sobald er aufmacht, fahren wir nach Wien. Aber leider nicht heute. Echt schade. Dokumi fahren wir leider auch nicht. Echt alles sehr schade. Aber das war's von mir, Leute. Jemand liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Views ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Serious Business in Bitcoin und DeFi. Investieren demnächst 5 und 10 Jahre Freezer. Das wird nochmal andere Liga. Ciao.